Vor ein paar Wochen hat Samsung eine ganz neue Mittelklasse vorgestellt. Darunter das Galaxy A33, das Galaxy A53 und das Galaxy A73. Das gibt es aber leider nicht hier in Deutschland. Heute gucken wir uns mal das Samsung Galaxy A53 etwas genauer an. Hey, ich bin Max von AllAboutSamsung und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe das Gerät schon mal ausgepackt, deswegen ist das jetzt kein brandneues Unboxing. Wenn wir das Gerät rausholen, dann ist das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, die Verpackung ist kleiner. Samsung sagt ja immer, ja, oder jetzt schon seit einigen Jahren, seit dem Galaxy S21 eigentlich, ja, Umwelt ist uns wichtig und deswegen verkleinern wir die Verpackung, lassen dafür auch den Netzadapter weg und dasselbe hat man jetzt auch in der Mittelklasse gemacht, denn das Samsung Galaxy A53 kommt nun nicht mehr mit deinem Netzadapter. Was ich dann aber trotzdem witzig finde, ist, man verkleidet das ganze Gerät, wirklich den ganzen Rahmen mit Plastik und wickelt es dann auch nochmal in eine Plastikfolie ein. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, widersprüchlich, finde ich. Aber naja, gucken wir mal, was sonst noch in der Verpackung drin ist. Einmal diese Pappfolie rausgeholt. Ansonsten noch ein stinknormales USB-Typ-C zu USB-Tc-Ladekabel. Der bekannte Quickstart-Guide und auf der Rückseite ein MicroSD-SIM-Karten-Stecktool. Das kann ich jetzt erstmal beiseite packen und wir gucken uns mal das Smartphone an sich an. Auf der Vorderseite sitzt ein 6,5 Zoll großes Super AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das ist ein Infinity-O-Display, das heißt, im oberen Bereich findet sich natürlich auch eine kleine Frontkamera in einem Punchhole. Die hat eine Auflösung von 32 Megapixeln. So beim ersten Mal aus der Verpackung rausholen, ein bisschen damit rumgespielt. Ich muss sagen, das Gerät an sich gefällt mir relativ gut. Ist sehr ähnlich zum Vorgänger, dem Galaxy A52. Aber trotzdem, also der Rahmen ist relativ schmal gehalten für eine Mittelklasse, finde ich. Und auch das Display an sich, also wir haben hier eine Full-HD-Plus-Auflösung. Wie gesagt, schon 120 Hertz. Finde ich eigentlich ganz gut. Gehen wir direkt zum Rahmen weiter. Auf der rechten Seite findet sich einmal der Power-Button und die Lautstärkewippe. Oben ein kleines Mikrofon. Die linke Seite ist komplett leer. Und dann auf der Unterseite ein Dual-SIM-Steckplatz. Und der USB-Typ-C-Anschluss, genauso wie ein Lautsprecher. Schauen wir uns jetzt einmal die Rückseite an. Hier haben wir eine Quad-Kamera verbaut, die auch relativ ähnlich dem Design des Galaxy A52 entspricht. Wir haben hier einmal eine 64 Megapixel starke Hauptkamera, eine 12 Megapixel starke Ultraweitwinkelkamera und zwei 5 Megapixel-Sensoren. Einmal eine 5 Megapixel-Kamera für Tiefenunschärfe und eine 5 Megapixel-Marco-Kamera, mit der nochmal besondere Details bei Nahaufnahmen sichtbar werden. Im Inneren werkelt der brandneue Exynos 1280-Prozessor, der mit Energie versorgt wird von einem 5000 mAh starken Akku. Dieser kann wiederum mit 25 Watt per USB-C auf der Unterseite aufgeladen werden, wenn man denn den entsprechenden Lada-Adapter dann auch hat. Danke Samsung. Ansonsten gibt es 6 oder 8 GB RAM und 128 GB oder 256 GB internen Speicher. Das Gute an der Samsung-Mittelklasse ist, der Speicher kann Gott sei Dank, wie sich das auch viele von euch gewünscht haben, per MicroSD-Karte erweitert werden, sogar um bis zu einen Terabyte. Als Software kommt im Galaxy A53 Android 12 mit der hauseigenen Benutzeroberfläche One UI in Version 4.1 zum Einsatz. Was ich in den letzten Jahren immer mehr an Samsung wertgeschätzt habe, ist das Update-Versprechen. Denn auch in der Mittelklasse sagt Samsung, das A53 kriegt 4 Jahre lang Android-Updates und sogar 5 Jahre lang Sicherheits-Patches. Und das ist wirklich auf dem Android-Markt mehr oder weniger einzigartig, weil selbst Google bietet nicht so lange Updates für ihre Smartphones an. Jetzt noch ein paar Worte zum Design und der Haptik. Ich habe eben schon gesagt, das Gerät liegt an sich wirklich relativ gut in der Hand. Die Rückseite ist weiterhin aus Polycarbonat, also Kunststoff, gefertigt. Der Rahmen Aluminium und auf der Vorderseite kommt Gorilla Glass 5 zum Einsatz. Was die Samsung Mittelklasse von der Konkurrenz so ein bisschen abhebt, ist die IP-Zertifizierung. Denn das Galaxy A53 ist IP67 zertifiziert. Das heißt, das Gerät kann auch mal ohne Bedenken im Regen oder in der Dusche oder im Pool oder sonst wo genutzt werden, ohne dass es irgendeinen Wasserschaden davon trägt. Entsperrt werden kann das Smartphone ganz einfach über einen Fingerabdrucksensor, der hier unter dem Display sitzt oder per PIN, Passwort. Oder man nutzt die 2D-Gesichtserkennung mit der 32 Megapixel-Frontkamera. In Deutschland gibt es das Smartphone in vier unterschiedlichen Farben. Wir haben hier einmal Awesome Peach, Awesome Blue und dann zwei nicht so awesome Farben. Einmal Boring Black und Boring White. Preislich liegt das Smartphone bei 449 Euro oder 509 Euro in der größeren Speichervariante. Wie ist denn eure Meinung zum Galaxy A53? Hinterlasst doch dazu gerne mal einen Kommentar. In den kommenden Tagen wird es auch bei uns auf allaboutsamsung.de einen ausführlichen Testbericht zur neuen Mittelklasse geben und sogar ein kleines Gewinnspiel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Ciao! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.